Musik Moin Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Ranked zusammen mit dem Fuchsi Hallo Auf der Map Bank oder Bank oder wie auch immer Ähm Jubiläer So mal wieder mit Ying Find the biohazard container location Schiff mit Schiff 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 10 Seconds Before Insertion 5 Seconds Before Insertion Biohazard Container Location Unknown Find the Biohazard Container Activating Drone Danke Alter Der Trottel Ich war das Nein Sekunde dort runter So jetzt Unten ist aber niemand So Nö Doch Und zwar da Alter Das war Die 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 Sie Okay, ich weiß zwar jetzt nicht von wo ich geholt wurde, aber so Oh, cooler Skin Bist du wieder gemutet? Okay Kommisch bei dir, wenn du irgendwie anbrauchst, denke ich immer, du bist gemutet, weil du mutest dich immer so schnell Oder aus Versehen eher Loading bag Ob four drone located in the biohazard container. Ten seconds to insertion. Five seconds and counting Protect the biohazard container at all costs Loading new magazine Yes, but is so genial Off four last stop standing Schau! Ich habe auch einen Kill gemacht und zwar an dem einen Spot dort... Gar nicht. Spott. Spott dort hinten an der Garage. Okay. Stell mal vor, Montagne mit einer Minigun vor. Wäre richtig OP. Okay. Und so ein Schild davor noch. Okay. Okay. Find the biohazard container location. Okay. 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 dann halt nicht, dann helfen halt nicht hat der Turmall gerade auch so bei dir geleckt hat der Turmall auch gerade so bei dir geleckt dann wollen wir die Dinger auch in die Luft setzen doch was macht der? lol man sieht die Chats hier gar nicht hm ob 4 eliminiert, freundliche Mission erfolgreich ich könnte mir noch mal ganz kurz was gucken ok mal noch ein kleiner Test so oh barricade the room we need to protect the biohazard container auf 4 located the biohazard container down to 10 seconds down to 10 seconds 5 seconds to insertion in the door op 4 drone is located the biohazard container control area leave now you will be spotted well command deployed hm ich hatte einen Schrotze gehabt swapping oh mein go du bist ja nicht vorbei gelaufen du bist ja nicht vorbei gelaufen ey ach geh dich vergraben geh dich vergraben ich dachte es werden oh mein go ich dachte es werden Gir Oh mein, er läuft einfach vorbeer. Nee, wirklich. Bitte, geht zum Ortenarzt. Ich dachte, es wäre ein Maid. Ich will echt kalt vorbeerläufen. Du stressst ihn sogar noch. Eine Kugel nach draußen. Wirklich einfach nicht. Stopp. Ich dachte, es wäre ein Maids. Das glaube ich nicht. Ich muss ja ganz kurz aufschreiben, welche Stelle das ungefähr war. Also ungefähr vor 10 Minuten, Sekunde, echt? So ein Stift. Ah, Stift. Sekunde. Ich würde das sehen. Nee, dass ich das am Anfang vor das Intro... Stift. Ich gehe von den BIO-Hazard-Container. Ich gehe von den BIO-Hazard-Container. Okay. Nein, ich schneide das nicht vor das Intro, so ist ja das Highlight weg und das Video wird nicht mehr angeguckt bis zum Schluss. Nein, das sollen sie sich ruhig selber angucken. Insetion in 10 Sekunden. Good work, the biohazard container has been located. 5 Sekunden. Biohazard container located, proceeding with location. . Hier ist es. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bitte macht das! Was ist denn so? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist denn so? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020